Muso Talk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich Willkommen zu Muso Talk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zu Muso Talk. Das ist mein Podcast, regelmäßiger Podcast rund um das Thema Musik machen mit PCs und Software, aber auch vielleicht mal mit richtigen Musikern. Und heute habe ich ein ganz spezielles Thema, nämlich ausschließlich das Thema Mixen und Mastern nur mit Kopfhörern. Und dazu habe ich mir eine interessante Runde eingeladen und mit dabei ist unter anderem der Tim von Hofer. Hallo Tim. Hi, viele Grüße in die Runde. Du hast ja schon einen Kopfhörer auf. Wir haben alle einen Kopfhörer auf, ne? Ja, sehr gut. Nur mit Kopfhörern. Gut, du wirst uns heute auch mal unterstützen, denn wir wollen ja mal auch von dir erfahren, wie du damit umgehst, wie oft du eigentlich am Ende des Tages mit Kopfhörern arbeitest und vielleicht auch welche Kopfhörertypen, Bauarten und vielleicht sogar Marken du am liebsten einsetzt. Genau. Sehr gut. Dann ist auch dabei diesmal wieder der Matthias. Grüße in die Runde. Hey, du hast ja einen schönen Kopfhörer auf. Ja, der ist mega, ja. Der ist mega. Okay. Dann schauen wir doch mal hier nach Berlin in den Keller von Joe Biden. Diesmal ist es der Stefan, der da sitzt. Hi Stefan. Hallo. Lange nicht mehr dabei gewesen. Freut mich, dich mal wieder zu sehen bei Muso Talk. Ja. Ja. Letzte Sendung vor einem Jahr, ne? Glaube ich, oder so. Kann sein, kann sein, ne? Gut. Ich bin ein bisschen auf das Thema gekommen, das muss ich verraten. Ich habe gerade einen Test gemacht für Muso Talk hier von diesem relativ günstigen EZ-Kopfhörer. Der kommt mit einer Software, mit der man verschiedene Abhörsituationen simulieren kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich für uns ein ziemlich gutes Thema, denn ich kann mir vorstellen, dass viele mittlerweile primär tatsächlich mit Kopfhörern mixen und mastern müssen. Und außerdem ist es ja auch so, dass viele Konsumenten heutzutage, wahrscheinlich die Musik zu 90 Prozent, tatsächlich über Kopfhörer abhören. Und deswegen ist natürlich meine erste Frage an den Tim heute. Wie würdest du denn sagen, ist das für dich persönlich, wie unterscheidet sich eigentlich das Hören oder Bearbeiten von Musik mit Kopfhörern zu dem, wenn du Lautsprecher benutzt? Naja, also meiner Meinung nach ist der allergrößte Vorteil erstmal auf jeden Fall, wenn man jetzt beispielsweise ein eigenes Home-Recording-Studio hat. Bei Kopfhörern ist es halt so, dass man da ja im Prinzip keinen akustischen, komplett perfekt bearbeitenden Raum braucht, um, ich sage einfach mal, jetzt freischnauze raus, 80, 90 Prozent guten Mix hinzubekommen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, finde ich eben, um das Ganze auf Kopfhörern zu machen. Ansonsten gebe ich dir da auf jeden Fall recht, dass überwiegend alle Konsumenten auch einfach alles auf Kopfhörern hören, weil man entweder in Bahnen unterwegs ist oder eben draußen rumläuft mit Airpods oder generell mit anderen Kopfhörern. Von daher hat sich das eigentlich auch bei mir so ein bisschen, ja, geändert, dass es von überwiegend Lautsprechern, um ehrlich zu sein, auf überwiegend sogar Kopfhörer geswitcht ist. Und wie ist das so vom Gefühl her? Wie würdest du das beschreiben, wenn du jetzt im Kopfhörer einen Track hörst oder über die Lautsprecheranlage? Das Gefühl finde ich, dass auf jeden Fall, natürlich auf Lautsprechern ist auf jeden Fall die Räumlichkeit immer noch besser, finde ich. Auch wenn ich, ich zeige es dir dann später, was für Kopfhörer ich nutze, aber deswegen sage ich auch noch nichts. Aber die Räumlichkeit ist da auf jeden Fall viel klarer widergespiegelt und ich finde einfach so gefühlsmäßig, ja, finde ich es einfach auch, wenn man gute Kopfhörer hat, die bequem sind, kann man die auch ehrlich gesagt ewig aufhaben. Und ich finde das Gefühl einfach, um ehrlich zu sein, ganz gut. Okay, also das mit der Räumlichkeit, da würde ich, also man hat natürlich schon auf dem Kopfhörer immer, wenn man zum Beispiel die ganzen Effekte wie Delay und Reverb beurteilen will, schon ein bisschen Unterschied. Ich finde eben eigentlich eher, dass die Räumlichkeit unter dem Kopfhörer deutlicher zu hören ist. Was sagt die Runde dazu? Also jetzt, um Sachen einzustellen und sowas, also, ja, also wie gesagt, kommt halt auch darauf an, wie gut der Raum halt ist, in dem deine Lautsprecher stehen. Also das ist halt immer das Auto. Also wenn da halt nicht alles perfekt ist und dann da halt irgendwie irgendwelche Reflektionen von der Wand wiederkommen, dann kannst du vielleicht deinen Reverb auch nicht so cool einstellen, weil du halt schon denkst, dass da mehr Reverb da ist, als wirklich in der Mischung drin ist. Matthias, würdest du das auch so sehen? Also bei mir war das immer, bei meiner Mischung immer so der Fall, dass ich auf dem Kopfhörer eigentlich immer mehr Effekte gehört habe und dann, um einen Ausgleich zu finden zu der Lautsprecherwiedergabe, die Effekte ein bisschen mehr geben musste, als die, die ich auf dem Kopfhörer gehört habe. Oder siehst du das anders? Da gebe ich dir recht. Also ein Kopfhörer ist für mich im Alltag so eine Art Mikroskop einfach. Ich kann da nochmal richtig direkt einsteigen, nochmal ins Audio-Material und höre teilweise denn Dinge, gerade wenn es um Delays geht, wenn du, sagen wir mal, im Chorus nochmal ein bisschen mehr Delays auf die Stimmen packst und so weiter, kannst du ganz gut hören, ob die auch gut platziert sind, ob sie sich nicht aufstauchen. Das finde ich über Kopfhörer manchmal wirklich weitaus besser zu beurteilen, als jetzt über ganz normale Abwehrmonitore. Also wir werden ja gleich nochmal direkter einsteigen, Vorurteile, Nachteile von Kopfhörern. Also für mich allgemein erstmal ist Kopfhörer unfassbar wichtig, einfach immer dabei zu haben und vor allen Dingen auch jeden Mix, den ich hier mache, wirklich dann auch darüber abzuchecken und dann auch nicht über einen Kopfhörer, sondern über ganz viele verschiedene Kopfhörer. Also für mich sind es einfach die Mikroskope in der Audio-Branche. Und wie gehst du damit um, dass dein Publikum höchstwahrscheinlich ja auch im Prinzip primär vielleicht mittlerweile schon alles über Kopfhörer hört? Das hat sich ja wirklich, ich bin ja schon ein alter Knochen, tatsächlich gerade dramatisch geändert über die Jahrzehnte. Also in den 60er, 70er, 80er Jahren war Kopfhörer hören sowas für die Freaks. Das hat man dann so gemacht, wenn man so total intensiv in eine Platte reinhören wollte, hat sich da mal hingesetzt, hat das Cover genommen, die Songtexte durchgelesen, hat Kopfhörer aufgesetzt. Das war das intensive Musikhören, aber das war eigentlich nicht der Standard. Normalerweise hat man Musik tatsächlich über Lautsprecher gehört. Und ich bin der Meinung, dass sich das zumindest in den letzten zehn Jahren gewandelt hat und dass die Mehrheit der Musik heutzutage auf Kopfhörern abgehört wird. Die Frage war an mich richtig. Sieht genauso. Man muss sich, wenn man jetzt Produzent ist oder mischt oder mastert, was auch immer, man muss immer so ein bisschen schauen, was ist das Zielpublikum eigentlich des Künstlers? Wo findet die Musik am meisten statt? Ich gebe dir recht, wenn wir über die Spotify-Generation nachdenken, die ja wirklich schon ab 12, 13 beginnt und ich glaube bei 17, 18 hört es auf. Das ist eigentlich die größte Masse, die die meisten Streams ausmachen. Die hören natürlich unglaublich viel über Kopfhörer und teilweise über die verschärftesten Teile überhaupt, über In-Ears, über Stöpsel, über größere, über die Beat-Kopfhörer. Das heißt, wenn man also gerade im Genre Hip-Hop unterwegs ist oder auch Dance oder im Deutsch-Pop, der halt von dieser Zielgruppe am meisten gehört wird, sollte man tunlichst zusehen, dass man die Musik halt auch vor allen Dingen auf Kopfhörer abstimmt und guckt, dass es da einfach gut klingt. Prinzipiell bin ich trotzdem da oldschool. Ich versuche erstmal den Mix wirklich auch nur auf Lautsprechern erstmal geil hinzustellen und zu sagen, so ist jetzt mega einfach und dann ist für mich ein Kopfhörer im Prinzip danach eigentlich nochmal eine ganz gute Kontrolle, weil wenn der Mix auf den Lautsprechern gut klingt, dann muss er eigentlich theoretisch auf den Kopfhörern auch schon gut klingen und von daher gebe ich dir recht, aber die Fraktion, die halt noch etwas ältere Musik hört, die nicht so Spotify oder Rob-Streaming-Affin ist, ich glaube, dass die schon noch viel im Auto Musik hören und viel auch zu Hause auf ihren Hi-Fi-Anlagen hören und da sind dann wieder ganz andere angegeben. Okay, das heißt, da müsste man sich erstmal Gedanken machen, wer ist eigentlich mein Publikum und wo wird der seine Musik konsumieren? Wird der über Spotify die Musik hören oder kauft er sich vielleicht noch eine Schallplatte? Und das gilt ja im Prinzip dann auch fürs Mastern, dass man sich auch da im Prinzip auch erstmal Gedanken machen muss, für wen master ich denn? Master hier für YouTube und Spotify oder für eine Vinyl? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Tim, du machst ja was für die, ich sag mal, Spotify-Generation eher, oder? Ja, kann man so sagen, ja. Und gibt es da, gibt es da Kopfhörer, von denen du weißt, dass das diejenigen sind, von denen die meisten deiner Zuhörer auch ein Exemplar irgendwo rumliegen haben? Machst du zum Beispiel auf die, hauptsächlich für die Apple, laut Earbuds? Um ehrlich zu sein, ja. Also deswegen habe ich die natürlich auch alle, also AirPods Pro und die normalen AirPods und dann sogar noch als drittes, was man ja auch nicht vergessen darf, weil ja Matthias auch schon sagte, es fängt bei 12, 13 an. Ich habe dann sogar noch die alten AUX von einem iPhone 5, um dann wirklich auch nochmal komplett alles gegen zu checken. Also ich habe die auch nicht irgendwie weggeschmissen oder so. Die sehen zwar schon relativ mitgenommen aus, aber ja, ich finde, was Matthias auch schon gesagt hatte, ist mega, mega wichtig, dass man, wenn man eben in diesem, ja, in dieser Zielgruppe einfach unterwegs ist, dass man eben das Medium nutzt, wo die meiste Musik mit konsumiert wird und es sind halt einfach entweder AirPods, irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer eben oder halt ganz normale AUX-Stecker für, ja, so blöd, dass es sich anhört, für 5 Euro. Okay. Ja, Stefan, da muss also dein Mix auf dem 5-Euro-Stecker funktionieren. Machst du sowas? Also ich habe halt ein Samsung-Telefon und bin daher nicht AirPod-mäßig unterwegs, aber ich checke alles auch nochmal auf meinen Samsung In-Ears gegen halt. Also die, ich glaube, AKG stellt die inzwischen für Samsung her, weil AKG zu Hamann gehört und Hamann hat einen Vertrag mit Samsung und dementsprechend sind die neuen In-Ears von Samsung alle AKGs und die klingen eigentlich ganz in Ordnung und da checke ich alles nochmal gegen eigentlich und wenn es mir dazu, also wenn ich da zufrieden bin und auf den Kopfhörern und auf den Boxen, dann kann ich es auch rausbringen. Matthias, du hast gesagt, du hast auch eine Anzahl an Billig-Kopfhörern da rumliegen, so eine Schublade voll so kleiner Ehrbatze. Wie sieht das aus bei dir? Richtig, also wie schon gesagt wurde, die älteren Telefone, da wurden ja immer Kopfhörer mitgeliefert, die habe ich auch alle aufgehoben, die Kopfhörer, die noch diese kleinen Mini-Klinken haben und so weiter. Es ist manchmal ganz interessant, wie da auch der Generationswechsel so ist, wie unterschiedlich die dann teilweise klingen. Denn ihr werdet lachen, aber ich habe auch noch so Kinderkopfhörer von meinen beiden Söhnen, die halt so Kinderkopfhörer haben und darüber checke ich manchmal auch, wenn ich noch Lust und Zeit habe, auch nochmal ein Mix. Ansonsten natürlich alle professionellen Kopfhörer, die man so standardmäßig so hat, also von Biodynamik viel Kram. Und es gibt noch einen Hi-Fi-Kopfhörer, der ist schon 30 Jahre alt, die nämlich ab und zu mal, man kann es dann irgendwann auch übertreiben, man muss irgendwann auch mal dann damit aufhören, ansonsten macht man sich beim Mixen irgendwann auch verrückt, weil teilweise dann beim anderen Kopfhörer die Sache dann schon eher ins Anlass, dann denkt man, wie da zu viel mitten zu erhöhen. Da muss man echt aufpassen, man muss immer wieder gegenhören mit irgendeiner Referenz, die man kennt, die perfekt klingt und dann auf solchen crappy Kopfhörern dann halt dann auch gucken, dass da, wenn der Frequenzgang halt da so spitz ist, dann ist er halt zu spitz, weil die Referenz, die man hat, da auch sehr spitz ist. Deswegen. Alles klar. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr drei diese Billig-Kopfhörer natürlich nicht benutzt, wenn ihr jetzt an euren Produktionen arbeitet. Tim, du hast gesagt, 80% der Zeit arbeitet, ist du schon unter Kopfhörern. Und es gibt ja verschiedene Konzepte, beziehungsweise ganz wichtig zum Beispiel verschiedene Impedanzen. Dann gibt es drei verschiedene, grundsätzlich drei verschiedene Bauformen. Kannst du dazu was sagen, was du da präferierst und wie da die Unterschiede eigentlich sind? Also für mich persönlich habe ich mittlerweile herausgefunden, dass es einfach am angenehmsten ist, wenn man da wirklich mal stundenlang an der Mischung dran sitzt, dass einfach offene Kopfhörer, finde ich, meiner Meinung nach am angenehmsten sind, weil man sich vielleicht auch ab und zu noch reden hört, ein bisschen was von außen mitbekommt. Ich nutze sogar ab und zu witzigerweise, wenn es dann, da wo ich wohne, in der Straße ein klein wenig so laut ist, auch noch diese Bose Noise Cancelling Kopfhörer. Aber das ist dann, wie gesagt, nur für den Roughmix ganz am Anfang, weil die boosten halt mega die Bässe. Das ist nur, um ganz wenig Lautstärken einzustellen. Das ist dann eher sowas, wo ich dann kurz geschlossene benutze, um mal, wie gesagt, alles so ein bisschen einzupegeln. Aber ich präferiere eigentlich meistens offene. Das ist so mein Go-To eigentlich. Ich habe auch ehrlich gesagt nur offene, außer die Bose und halt AirPods. Aber fürs Tracking würde man... Ja? Gibt es denn überhaupt kleinere Ohrformen für offene? Also ich kenne nur übers Ohr offene, so wie meine auch halt. Ach ja, da gibt es ja noch On-Ear, Off-Ear, genau diese ganzen Ohr. Müssen wir auch mal diskutieren, oder was das eigentlich ist? Ja, ich dachte, das war eine deiner Fragen gewesen. Deswegen habe ich da nochmal nachgegangen. Also kennt ihr kleinere, offene? Ja, ich denke auch gerade nach. Nee, der HD25 ist ja geschlossen. Das ist ein kleiner, fällt mir jetzt keiner ein. Stimmt. Da gibt es ja auch noch On-Ear und dieses Umschließende, ne? Von der Muschel, oder wie? Kann da einer was zu erläutern vielleicht? Vielleicht der Tim? Ja, also On-Ear habe ich auch die HD25 von Sennheiser. Die habe ich aber auch, um ehrlich zu sein, nur als ich noch früher in Clubs aufgelegt hatte. Ja, weil die da halt einfach gefühlt fast Standard waren und man da einfach gut abhören konnte drüber in einem Club, fand ich, weil man da wollte man jetzt auch nicht mit so riesen Muscheln irgendwie aufkreuzen. Die haben auch relativ, meiner Meinung nach, für meinen Kopf zumindest, eine angenehme Passform gehabt. Wurden dann aber, um ehrlich zu sein, wenn man dann mal so vier, fünf Stunden lang aufgelegt hat, wurden die dann irgendwann mal ein bisschen, ja, ich sage einfach mal heavy, weil die halt doch erst so auf die Ohren drücken, anstatt wie die komplett Over-Ear sozusagen ein bisschen eher auf den Kopf drücken und das Ohr ja komplett frei ist. Deswegen wurden die HD25 dann nach ein paar Stunden dann, ja, sage ich mal, erst das Semi. Aber ich finde sie trotzdem gute Kopfhörer. Ich kann da nichts gegen sagen, um ehrlich zu sein. Nee, ich habe die, die stehen da hinten auch. Und das ist ein super Kopfhörer, wenn man auch so Videodrehs macht, dann hat man einen guten, kann man sehr gut beurteilen, wie der Sound ist, weil der eben halt doch ziemlich zumacht, sehr geschlossen ist, ne? Ja, genau. Matthias, was ist denn das bei dir? Ein halboffener, offener oder geschlossen? Das ist ja so eine Mischung, so halboffen, offen, würde ich sagen hier. Ist ja dieser AKG K701. Ja, ich glaube, das ist halboffen, ja. Der ist halboffen, müsste der sein, ja. Ich gucke gerade mal, ich kriege von außen nicht ganz zu viel mit. Genau, der ist halboffen, der ist so mein, mein Mischkopfhörer. Ja, also mit dem überprüfe ich tatsächlich dann auch nochmal Mixe. Den finde ich sehr, sehr gut. Wir hatten da schon mal eine Sendung drüber gehabt, wo wir mal über Kopfhörer gesprochen haben. Den habe ich, wie gesagt, sehr lange und ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man Sachen lange kennt, einfach, weil man sich dann einfach besser drauf verlassen kann. Und dazu habe ich dann nochmal eine geschlossene Version von den Beyerdynamics, der DT770. Den habe ich dann ja meistens eigentlich beim Vocal-Recorden, also wenn der Sänger den aufsetzt. Oder meistens habe ich auch noch einen auf, wenn man in seinem Raum rekordet. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Der ist untenrum auch nochmal ein bisschen straffer bei den Bässen, also hat nochmal ein bisschen mehr Schub. Und deswegen nehme ich den ganz gerne, um halt nochmal im Sub-Bereich, im Tief-Bass-Bereich, wo ich meiner Abhöre hier in meinem Raum nicht mehr so hundertprozentig vertraue, da nochmal die Sache gegen zu checken. Ja, das ist ja auch nochmal ein guter Einsatz, gute Möglichkeiten, Kopfhörer einzusetzen, wenn man, wie ich, ich hatte damals Westlick-Lautsprecher, die hatten eine sehr schlechte Bass-Wiedergabe. Und da musste ich dann tatsächlich auch den Kopfhörer nutzen, um einfach die Bass-Wiedergabe besser kontrollieren zu können. Ja, da kann ich jetzt einhaken, also da habe ich die Jungs gerade, also die kannten das auch noch nicht. Also ich habe hier hinten auf dem Stuhl so ein Sub-Pack, ich weiß nicht, könnt ihr das jetzt sehen, ist auch schon schwarz wie der Stuhl. Ja, schwer. Genau, das ist halt, das ist ein Sub-Wufer für den Rücken. Also man hört den nicht wirklich, man spürt den. Und wenn man halt den ganzen Tag mit Kopfhörern arbeitet, aber halt auch den richtigen Bassdruck mal spüren will, dann braucht man halt so ein Sub-Pack. Und das geht halt bis 5 Hertz runter. Und dementsprechend kannst du da dann halt auch alle möglichen Bass-Probleme oder Phasen-Probleme im Bass super einschätzen. Und ja, also das nehme ich dann schon seit 5 Jahren als, sagen wir mal, Ersatz für die tiefen Frequenzen, wenn ich da jetzt sogar meine, dass die Kopfhörer vielleicht nicht mehr das so gut bringen dann. Und dementsprechend spürt man es dann und hört es nicht nur. Okay, dann können wir wahrscheinlich zusammenfassen, dass wir alle fürs Mixen und fürs Mastern, um an den Songs zu arbeiten, eher einen halboffenen oder offenen Kopfhörer präferieren, weil man dann nicht dieses klaustrophobische Gefühl hat, diesen Druck. Aber fürs Tracking werden die ja dann ungeeignet, ne? Ja, richtig. Denn wir wollen ja kein Bleeding drauf haben, weil die Sänger teilweise heute ja wirklich sehr, sehr, sehr laut immer im Studio aufdrehen, ihren Kopfhörer-Amp. Und selbst bei den DT-770er von Biodynamic habe ich ab und zu wirklich dann nochmal so ein bisschen Bleeding drauf, so ein bisschen einfach Musikkram drauf, was über das Mikrofon wieder aufgenommen wird. Weil die so exorbitant laut machen teilweise die Sänger oder auch Sängerinnen. Da würde ich schon eine Krise kriegen, wenn ich den Kopfhörer manchmal aufsetze, um zu gucken, was die eigentlich hören, wie laut die eigentlich hören. Da ist halt unfassbar wichtig, dass die Dinger geschlossen sind. Und ansonsten hast du keine Chance, ein vernünftiges Mikrosignal beim Vocal-Recording aufzunehmen, einfach weil du den nicht Bleeding drauf hast. Das heißt, man braucht also mindestens mal auch noch einen geschlossenen Kopfhörer, falls man eben Tracking machen will, ne? Ja. Cool. Jetzt habe ich ein sehr erfolgreiches Video auf YouTube veröffentlicht. Und das war das Thema, die verschiedenen Impedanzen dieser Kopfhörer. Kopfhörer, die gibt es, glaube ich, 8 Ohm gibt es, 16, 32, 80, 250. Wie kann man sich denn das vorstellen? Was ist denn da der Unterschied? Was für eine Ohmstärke hast du denn da im Einsatz, Tim? Also ich präferiere für mich selbst drei verschiedene Kopfhörer. Das ist unter anderem auch der DT99 Pro. Mit dem habe ich auch mal ganz, ganz früher, ich weiß, ich bin noch nicht so alt, aber vor neun Jahren angefangen. Deswegen, das ist eigentlich auch noch ein ganz kurz wichtiges Thema, was Matthias vorhin gesagt hatte. Das ist wirklich so ein Kopfhörer von mir, den ich since day one, also seit Tag eins nutze. Und ich weiß darauf, wann Mischungen gut sind und wann nicht. Das ist auch noch mal ganz kurz erwähnt, genau. Der hat wiederum 250 Ohm. Ja, das heißt im Prinzip eigentlich bei dem müsste man eigentlich sein Amp auf jeden Fall ein klein wenig lauter drehen, damit man da richtig schön die Sachen hört. Das nächste, den wir hier auch alle bei Hofer haben und ab und zu auch die ganze Mischung der Studenten gegen mischen. Nicht nur auf den Gatehands, die hier stehen, sondern auch auf den HD 650 von Sennheiser. Extrem guter Kopfhörer unserer Meinung nach. Hat ein klein wenig auch Schwierigkeiten im Bassbereich, aber ja, die Höhen sind da auch mega. Und ja, ich habe mir dann auch noch so mein kleines Baby mitgebracht. Das ist der Audisi LCD-X. Den habe ich mir mal vor drei Jahren gegönnt. Das ist auch ein offener Kopfhörer und ja, Wahnsinns-Teil einfach und extrem gut. Das sind so die drei, die haben auch alle, wie gesagt, diesen Impedanzunterschied. Der Audisi ist halt extrem, der hat gerade mal 20 Ohm. Aber ja, wie gesagt, das Wahnsinns-Kopfhörer. Ich kann über den ehrlich gesagt nichts Schlechtes sagen. Das ist echt brutal. Also ohne jetzt hier irgendwie Branding machen zu wollen oder sowas. Aber das Beste, was ich bis jetzt gehört habe. Ein bisschen Branding darfst du schon. Ein bisschen. Ein bisschen. Branding ist doch hier immer mit dabei. Offiziell und inoffiziell. Das nimmt man uns auch hoffentlich nicht übel, denn die Zuschauer da draußen wollen ja sicherlich auch die ein oder andere konkrete Empfehlung von uns haben. Das geht dann nur, wenn man da nochmal sagt, mit was man arbeitet. Matthias, wie viel Ohm hast du auf dem Kopf? Also bei dem kann ich es dir gerade nicht aus dem Kopf sagen. Beim DT 990 Pro sind es 250 Ohm, hat der Tim gerade schon gesagt. Als Empfehlung, wenn du jetzt viel mit der Bahn unterwegs bist und du willst unterwegs deinen Mix checken oder so, dann gönn dir auf jeden Fall einen Kopfhörer, der weniger Ohm hat, so im 80er Bereich ist, weil die einfach lauter gehen, einfach gerade an Handys und so weiter. So ein 250 Ohm Kopfhörer ist da nicht besonders laut. Da gibt es sicherlich Menschen unter euch, die das technisch besser erklären können. Aber je kleiner die Ohm zahlt, desto lauter ist eigentlich der Kopfhörer meines Wissens nach. Also berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Naja, der Widerstand ist halt einfach größer. Das ist ja der Widerstand. Du musst mehr Strom geben. Du musst mehr Strom geben. Genau, es muss ja irgendwo einen klanglichen Grund haben, warum man die einmal niederohmig, einmal hochohmig baut. Ness für die Beschleunigung der Kalotte im Endeffekt. Also je nachdem halt, also wenn du halt einen höheren Widerstand hast und mehr Saft reingibst, dann kann der auch richtig schön beschleunigen. Wenn der Widerstand halt klein ist, dann muss er halt auch nicht so viel Strom geben und dann kann er halt auch ganz schnell sich dann auch schön bewegen. Aber wie gesagt, der hat dann halt nicht so viel Energie, die, die er dann halt normalerweise zum Antreiben braucht irgendwie, also weil er halt niedrig widerständig ist. Also die mit mehr Widerstand brauchen mehr Strom, um bewegt zu werden, aber die können dann halt auch, wenn sie mal einen richtigen Saft kriegen, können die halt auch richtig spitze Zacken machen halt. Und die anderen, die, also das ist halt das Problem, was ich dann immer merke. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen hochohmigen, wie du meinst, halt an ein Handy anschließt, dann gehen die Spitzen von den Kicks zum Beispiel völlig weg, weil der halt einfach nicht mehr genug im Saft nachschiebt, um diese Spitzwip machen zu können. Würde ich auch so sagen, Stefan, dass also der hochohmige, präziser, die den Klang wiedergeben kann, straffer ist und der mit der niedrigen Umzahl halt eben deutlich lauter, aber irgendwie immer so ein bisschen schwabbelig. Deswegen würden, deswegen nutzen ja hier in meiner Runde die meisten auch ein Kopfhörer zu mischen und Maßnahmen mit einer hohen Umzahl. Ganz kurz nochmal eingehakt, der Tim meint ja gerade, dass seine speziellen Kopfhörer dort so wenig Ohm haben. Da ist natürlich, könnten sich vielleicht einige Zuschauer fragen, wo da die Logik denn ist, weil, dass die dann auf einmal so niedrig Ohmig sind, glaube ich 20 Ohm hattest du gesagt, weil das ja eigentlich gerade gegenteilig wäre. Also vielleicht betreiben die da einfach ein ganz anderes System als die anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die da anders machen bei den Audiser. Ich habe mir die noch nie genau angeguckt. Aber du kannst halt sagen, du gibst nicht viel Strom und der ist vielleicht dann irgendwie, hat einen anderen Transformer oder sowas und ist dann irgendwie viel sensitiver halt in diesem Bereich, als das bei den Bayer Dynamik halt der Fall wäre. Die benutzen ja ganz andere Bauteile, deswegen, wer weiß. Aber ich glaube, grundsätzlich bleibt das Problem aber gleich, glaube ich. Ja, aber die Audis sind ja auch ziemlich teuer. Vielleicht hat er ja einen gut klingenden Kopfhörer mit wenig Ohm. Vielleicht gibt es das ja auch, ne Tim? Ja, klar. Wie gesagt, die kosten ja auch einiges mehr als die Bayer Dynamik. Vielleicht haben die da irgendwie ein ganz teures Bauteil drin, was da irgendwie das irgendwie schön macht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, genau. Also ich habe mir mal die Vorteile durchgelesen. Die sind halt eher, die sind deswegen so niedrig-ohmig, dadurch, dass man die halt an ziemlich, ja, ich sage einfach mal, niedrig-stromige Gitarren-Amps anschließen kann, wo relativ wenig Signal rauskommt. Deswegen halt die niedrige Ohmzahl. Und die Bauweise von denen ist es nicht, wie man das üblicherweise kennt, mit einem Membran im Kopfhörer drin, sondern die sind so planarmagnetisch aufgebaut, nennt sich das. Das heißt, das sind dann durch so eine Ätzung auf einen gewissen Strang verschiedene Membrane draufgeätzt und dadurch werden dann diese Schwingungen erzeugt. Also es ist nicht wie ein ganz normaler Membran. Deswegen sind die auch riesig. Also wenn ich die aufziehen würde, dann hätte ich auch, wie gesagt, das sind solche Mickey-Maus-Dinger. Also bestimmt, um es mal ganz kurz... Ach, der Deadmau5 hat die auch, oder was? Vielleicht. Nee, aber die sind mindestens, die Muscheln sind bestimmt doppelt so groß wie die DT-99er, mindestens. Oh, wow, die sind schon groß, ne? Die sind ja schon... Aber da haben wir es ja gehört. Also es ist jetzt nicht so ein mechanischer Antrieb, wie es halt bei jetzt einer Bayer-Dynamik eben der Fall wäre. Und dadurch, ja, kann ich mir jetzt vorstellen, dass da dann halt dementsprechend auch nicht so viel Strom eben gebraucht wird, um halt so einen Magneten zu betreiben, der halt nicht eine ganze Kalotte bewegen muss. Ja, genau. Beim Thema Bewegen der Kalotte müssen wir natürlich auch mal über die verschiedenen Kopfhörer-Verstärker sprechen. Denn ich habe in dem Video festgestellt, wir haben da mal so ein paar Tests gemacht, als wir die Impedanzen verglichen haben, haben wir dann auch mal zwei verschiedene Kopfhörer-Verstärker benutzt. Und ich war geschockt, wie unterschiedlich die Verstärker klangen unter dem gleichen Kopfhörer. Was benutzt ihr da? Ja, ist so, ist Hardcore. Also ich benutze hier verschiedene. Also ich habe zum einen, habe ich ja ein kleines SSL-Mischpult, das SSL 6. Das hat einen Kopfhörerausgang, der für mich einen sehr, sehr guten Eindruck macht, ordentlich Schub hat. Und ich habe damit also keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dann habe ich ja in meinem Apollo Twin Out-Interface diesen Kopfhörerausgang. Und dann tatsächlich habe ich ein Behringer Kopfhörer-Amp da drüben zu stehen. Und zwar eigentlich nur für den wichtigsten, bei der Musik nämlich für den Sänger. Der kriegt dann leider bloß einen Behringer Kopfhörer-Verstärker, aber da können sich noch drei weitere anschließen, was manchmal nicht schlecht ist in so einem Raum. Aber auch das ist beim Vocary Corn eigentlich noch nie negativ aufgefallen. Also die sind gar nicht so schlecht, wie alle immer behaupten. Zumindest reicht es beim Singen so aus, dass alle immer happy sind. Ja, das sind so meine verschiedenen Kopfhörer-Amp. Aber ich habe da auch noch nie so richtig einen Test mal gemacht. Also ich bin gespannt, warum das so unterschiedlich klingen soll und überhaupt darf. Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich auch nicht beantworten, Matthias. Ich habe es nur, wir haben es gemacht, hatten zwei, drei Kopfhörer zum Testen. Da gibt es auch ein Video dazu und haben dann einfach zwei verschiedene Kopfhörer-Verstärker genutzt. Und die Kopfhörer-Klangen, fand ich, hätte ich nie erwartet, doch deutlich unterschiedlich. Von daher muss man sich auch noch wahrscheinlich nicht über die Qualität des Kopfhörer-Verstärkers Gedanken machen. Ich weiß zum Beispiel, dass an vielen günstigen USB-Audio-Interfaces manchmal so ein recht magerer, dürrer, dünner Kopfhörer-Ausgang dran ist. Beim Apollo, gebe ich dir recht, ist das ziemlich gut. Das ist ein guter Sound, ist auch schön laut. Aber insgesamt sollte man auch dieses Thema irgendwie beleuchten. Was benutzt du denn, Tim? Also wir hier bei Hofer, jetzt im Moment gerade, den Sound, den ihr auch hört, das ist von Native Instruments, das ist Complete Audio 6. Finden wir ganz gut, mega solide. Eigentlich finde ich es auch ein Top-Interface. Ich für mich selber habe noch ein großes Focusrite. Scarlett, um ehrlich zu sein, sind da die Kopfhörer-Amps meiner Meinung nach sehr gut für den Preis, was das Teil eigentlich kostet. Wir haben ja auch noch SPL und ein Apollo haben wir auch noch rumstehen. Einen Test haben wir nicht gemacht, um ehrlich zu sein, soweit ich weiß. Deswegen kann ich da ehrlich gesagt nicht viel drüber sagen. Aber ich kann nur sagen, die klingen alle, wie du auch schon gesagt hattest, krass unterschiedlich. Was ich komisch finde, um ehrlich zu sein. Ja, genau, das erwartet man nicht und deswegen wird das auch kaum diskutiert. Man redet immer Kopfhörer-Sound, aber dass tatsächlich der Output hier von so einem Arrow oder eben hier von dem SRI von Fluid Audio einfach auch anders klingt mit dem gleichen Kopfhörer, nicht nur unterschiedlich laut, das haben vielleicht die einen oder anderen nicht auf dem Zettel und vielleicht auch der Stefan nicht. Was hast du denn da? Also ich bin auch mit dem Complete Audio 6 mit dem Neuen jetzt auch unterwegs. Ich hatte vorher das Alte, habe ich zehn Jahre benutzt und habe dann festgestellt, dass der Ausgang vom Neuen Complete Audio 6 leiser ist als der vom Alten. Oh. Und dann, also live habe ich dann auch halt mit Thorsten halt immer so einen Behringer sozusagen für die Bühne, Kopfhörer-Verstärker und aus den Studios kenne ich halt sonst auch halt dieses Behringer-Rack oder so, was es halt sonst noch gibt und die kann man ja schon relativ laut aufdrehen, aber ich weiß jetzt, besonders doll klingen die jetzt auch nicht unbedingt. Aber man muss halt immer bedenken, du hast halt einen richtigen Verstärker halt nochmal jedes Mal für die Kopfhörer da halt drin und da können ja auch unterschiedlichste Bauteile verbaut werden und dementsprechend, wie die Wandlung davor dann halt auch ist und ja, also da sind ja überall auch nochmal Filter und Zeug und überall drin, also die sind bei jedem Hersteller irgendwie anders eingestellt und ja. Tja, man hört nicht immer überall das Gleiche, ne? Leider. Das ist ja die ganz große Krux und das möchte ich jetzt auch gleich zum nächsten Thema übergehen, denn die Zuschauer draußen, ihr da draußen, werdet euch natürlich wundern, wer sagt, oh Mann, irgendwie jetzt brauche ich irgendwie fünf verschiedene Kopfhörer, fünf verschiedene Abhören, irgendwie kann man das nicht eigentlich, ich habe doch da gehört, man kann das eigentlich auch mit Software machen, ein Kopfhörer und das ist tatsächlich ja so hier bei ESI, extra 10, gibt es dann die entsprechende Software dazu und dann kann ich verschiedene Abhörsituationen simulieren und ich habe auch mal probiert hier meine KSD-Lautsprechersituation zu modeln mit der Software und das hat erstaunlich gut funktioniert. Setzt ihr sowas ein, Tim? Modeling für verschiedene Abhörsituationen, obwohl ihr ja alle Abhörsituationen, wie man sehen kann, bei euch vor Ort in real life habt? Ja, genau. Nee, also wir hier in den Studios natürlich nicht, weil ja, die sind halt perfekt akustisch ausgestattet. Ich für mich persönlich nutze zwar kein, ich sage jetzt mal, eine Software, um einen Raum zu erzeugen, sondern ich nutze eher eine Software dafür, um Stärken und Schwächen von Kopfhörern auszugleichen. Das heißt, das ist im Prinzip eine Software, die die ganzen Frequency-Response-Kurven, also die Frequenzübertragung des Kopfhörers kennt und im Prinzip mit einem Equalizer sozusagen da so eine Gegenkurve erzeugt, dass quasi die, ich sage einfach mal, die schwächeren Segmente von Kopfhörern eben ausgeglichen werden. Okay. Genau, ich hatte darüber auch schon mal mit Christoph gesprochen, der ja auch schon mal, also mit Christoph Thiers, der auch Audio-Ingenieur bei uns ist, der hat ja auch schon in den Abbey Road Studios in London aufgenommen und Waves hat davon ja ein Plug-in, wie sie dieses Studio emulieren und ja auch wirklich ohne das irgendwie schlecht machen zu wollen oder so, aber er hat selbst gesagt, das hört sich einfach null danach an. Ja, ist halt so. Ja, ja, das ist super schwierig. Hat ja auch jeder ein anderes irgendwie Empfinden da irgendwie, wenn man da genau hinhört oder so, aber ich halte von so Emulationssoftware, um einen Raum zu emulieren, ehrlich gesagt, nicht so viel. Okay. Ich habe dann auch mal gesehen, hier in der Software und das habe, ich meine, das ist jetzt nicht die einzige Software, die verschiedene Anpassungen macht, um die Kopfhörer zu simulieren und den Raum zu simulieren, aber der Frequenzgang dieser verschiedenen Kopfhörer, Matthias, das ist schon ganz schön extrem. Also da kann man dann doch auch schon mal erkennen, warum die alle so unglaublich verschieden klingen. Ja, ich hatte auch mal vor ein, zwei Jahren mal den Test gemacht mit der Software von SonaWorks, die ja so eine spezielle Edition für Kopfhörer einfach nur anbieten und hatte, da war dann auch mein K701er von AKG dann mit dabei und auch noch der 990er von BiDynamic und das war schon, also wenn man sich diesen Frequenzverlauf anschaut, denkt man echt, wie schlecht sind eigentlich diese Kopfhörer? Genau. Aber dass man das zwiespältig betrachten muss, es ist ja einfach nur technisch perfekt, so ein lineare Frequenzgang und trotzdem müssen ja die Hersteller bei den Kopfhörern auch darauf achten, dass die Sache in irgendeiner Art und Weise auch dir ein Ergebnis liefern, wo du auch Spaß hast mit dem Kopfhörer. Ansonsten glaube ich, so ganz steril wäre schwierig, dann irgendwie auf Dauer mitzuarbeiten. Dann habe ich diesen Test mal gemacht und es hatte sich wirklich dann einfach gefühlt sauberer angehört, die ganze Geschichte und ich hatte Teile eines Albums zum damaligen Zeitpunkt, weil ich mein Studio hier bei mir zu Hause im Haus noch nicht so weit hatte, akustisch, dann wirklich zu großen Teilen mithilfe dieser Software gemischt. Muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ weit gekommen sogar. Also ich habe das mit den 701ern gemacht und was ich halt unfassbar erschreckend gut fand, war, dass ich plötzlich durch diese Korrektur von so einer Software, die Vocals einfach von der Lautstärke besser einpegeln konnte, als ich das ohne diese Korrektur gemacht habe. Also ohne waren die Vocals, wenn ich es mir auf einer Anlage angehört habe, saßen sie nie korrekt im Mix von der Lautstärke her und mit dieser Software und mit dem Kopfhörer war das erstmalig dann wirklich einfach möglich. Ja, also kurze Zwischenfrage. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast aber jetzt nicht einen anderen Kopfhörer simuliert, sondern den Kopfhörer optimiert. Richtig. Diese Software, die Idee dahinter ist, dass der Frequenzgang des Kopfhörers, wie Tim schon meinte, korrigiert wird, dass er möglichst linear ist. Okay, eine Linearisierung quasi und eben nicht einfach zu sagen, aus dem Bayer wird jetzt der AKG und aus dem AKG wird jetzt der Sennheiser, sondern Das kannst du machen. Du kannst ja in dem Moment, wo die Software deinen Kopfhörer erstmal entzerrt, kann sie danach auf das entzerrte Linearsignal ja letztendlich eine Simulation aufmachen. Du konntest dir denn zum Beispiel NS-10er raufpacken und konntest dann über Kopfhörer hören, als wenn du jetzt über NS-10er hörst. Wobei das natürlich dann wieder Quatsch ist, weil ich habe ja selber NS-10er hier und konnte dann natürlich hin und her wechseln. Das geht natürlich bis Null danach. Ach, das war ja mein NS-10er Zwilling, mein guter Freund Matthias. Genau. Also ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und da hat sich für mich so ein bisschen die Frage aufgeworfen, warum soll ich mir jetzt eigentlich für 3, 4, 500 Euro einen Kopfhörer kaufen, der sowieso nicht linear ist, wenn der dann erstmal über eine Software erstmal wieder korrigiert werden muss, damit ich das Gefühl habe, dass ich jetzt wirklich mal Dinge höre. Du hast wirklich im Stereofeld überall Gitarren, Wand, Hin und Her, Drums, du hast einfach, waren viele Dinge einfach verdeckt, als die Korrekturen noch nicht drauf waren. Und das natürlich auch verglichen mit Referenzforms, logischerweise. Oh, interessant. So, darf ich da mal einhaken? Also ich meine, also ich will ja jetzt nicht reinreden in die, sozusagen, dass das dann besser wird, wenn es irgendwie linearer ist. Man muss natürlich bedenken, wenn du jetzt Kopfhörer hast, die, sagen wir mal, also ich habe jetzt hier zum Vergleich den 50 Euro AKG hier, wenn ich den jetzt mit dem hier vergleiche, also ich würde jetzt auf dem hier mit einer Simulation nie den Klang von dem hinkriegen, weil der gar nicht die Tiefen wiedergeben kann, die der hier wiedergibt. Also es gibt so eine gewisse Limitierung, die man damit erreichen kann. Also du kannst halt deinen eigenen Kopfhörer bestimmt irgendwie Equalizer-mäßig linearer machen, bin ich voll dabei, aber dann halt sozusagen einen komplett anderen zu simulieren, da sind halt immer die, sagen wir mal, die Grenzen der physikalischen Möglichkeit, die so ein Kopfhörer halt hergibt überhaupt, die, also die fangen dann halt an, also wenn man versucht, was anderes zu simulieren, genauso wie mit den NS10 oder wenn man jetzt versucht, irgendwie einen Raum irgendwie wie Abbey Road Studios darzustellen. Also der Kopfhörer kann ja nur so viel hergeben, wie er halt frequenziell halt auch also technisch kann und wenn er gewisse Sachen gar nicht kann, dann bringt er auch, sagen wir mal, der beste Zona-Boost irgendwie bei 50 Hertz nichts. Weil er technisch gar nicht in der Lage ist, das so abzubilden, oder? Genau. Das kann man doch auch ausimulieren, theoretisch. Ist ja eigentlich Quatsch, was er ja gesagt hat, ne? Wenn er jetzt bautechnisch, am Ende kommt der Sound raus, der Kopfhörer ist bautechnisch in der Lage, so viel Bass anzubieten, dann drehe ich halt einfach mit der Simulation da ganz viel Bass rein. Ne, ist ja dann trotzdem nicht da, sozusagen die Membran zu klein ist, in die kleine Membran. Alles klar, gut. Also du meinst, also ich kann jetzt aus meinen Apple Earbuds oder aus den vom Flohmarkt, ne, den 5-Euro-Dinger vom Flohmarkt, kann ich jetzt hier keine AKG-Spitzen-Kopfhörer draus machen mit der Simulation. Okay. Die werden ja nicht, also die werden ja jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht schneller oder sowas, also rein von der Bewegungsgeschwindigkeit oder sowas, was dann vielleicht bei den Sennheisern der Fall ist oder so. Also das sind halt so Sachen, da hört es dann irgendwo auf, ja. Ich glaube einfach, wie gesagt, man kann... Ganz kurz noch was zu sagen, ich glaube einfach, dass die Idee von diesen Simulations-Kopfhörern, die jetzt ja auf den Markt kommen, wie auch von Stephen Slade zum Beispiel, diese, glaube ich, VSX-Systeme, oder wie es glaube ich heißt, dass die nötigsten Kopfhörer, die ihr dazu packen, der unfassbar linear von Anfang an schon ist, so konzipiert wurde, und der halt wirklich bis zu unseren Hörgrenzen reicht, so dass da gar nicht so eine Riesen-Boost oder Absenkungen nötig sind, wie zum Beispiel jetzt bei unseren Kopfhörern, die halt dann teilweise schon, wenn der jetzt glaubt, der geht jetzt hier irgendwie bis 30 oder so, oder vielleicht noch tiefer, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber da hast du irgendwann ja auch schon einen Abfall weit davor, und wenn du jetzt diese Neuart in Kopfhörer, die halt wirklich ultralinear konzipiert sind, nimmst, dann glaube ich, soll das schon vom Hersteller so sein, dass man da dann einfach Simulations-EQ-Kurven raufpackt, um halt dementsprechend andere Kopfhörer vielleicht zu simulieren oder halt auch Kopfhörsysteme. Das ist aber die eine Schicht, die völlig andere Schicht, da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, ist natürlich deine komplette Studios abzubilden, das ist dann wieder eine völlig andere Technologie sozusagen. Genau, aber die Slate, also wie gesagt, die Slate-Philosophie ist ja, wir nehmen das Nonplusultra und dann kannst du runter simulieren, was die anderen machen, sagen wir mal, und ist halt schwierig von unten nach oben, also das geht halt nicht, also dass du halt was Schlechtes hast und dann was Gutes simulierst. Okay, ja stimmt, stimmt, stimmt. Das gibt es ja auch bei den Lautquatsch-Mikrofon-Simulationen, ne? Gibt es ja auch von Slate das Slikrofon, das da ganz besonders linear ist und dann kann ich daraus mein U87 machen. Ja. Ja. Matthias, du sagst Raum simulieren, alles simulieren, also du sitzt quasi im ECE was heutzutage nur geimpft möglich wäre, wahrscheinlich und musst jetzt dringend noch eine Produktion abliefern. Kann, hast du das mal probiert dann zu sagen, ich will wirklich Lautsprecher simulieren mit dieser NSC-Nummer, geht das? Ne, aber ich habe mal diese Waves-Geschicht dabei immer ausprobiert als Demo. erzähl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nur perplex darüber, ich verstehe nicht, warum so viele, also ich lehne mich da jetzt echt mal weit aus dem Fenster, aber ich verstehe nicht, für hochkarätige Ingenieurs weltweit da so viel Zuspruch einfach haben, weil ich finde das echt unterirdisch, muss ich echt sagen, also zumal, wie soll denn der Endkonsument eigentlich wissen, wie klingt so ein Studio wirklich, also wenn man da sitzt, ja, das hatten wir vorhin schon mal, also wer sitzt da schon im Everyroad oder sonst wo oder auch in diesen Energy Studios, die durch benutzt wurden bei diesen Slate-Sachen, du kannst ja ja nicht einfach sagen, ja stimmt, klingt ja genauso geil, ist ja mega, sondern du hast dann sicherlich eine gewisse Räumigkeit, die ist auch cool, ganz schlimm wird es, wenn du dann deinen Kopf noch bewegst und noch getrackt wird, habe ich bei einem Freund mal ausprobiert, also das ist dann sehr, sehr spooky, für mich ehrlich gesagt, ist nichts, da bin ich mittlerweile dann schon zu oldschool und schon zu lange dabei, dass ich auf so eine Sache verzichten werde, weil wenn man sich all die ganzen Sachen einfach dazu nimmt und einfach überlegt, okay, darüber könnte ich noch checken, jetzt könnte ich nochmal durch den Raum nochmal schicken und da noch, ich glaube dann, man verhaspelt sich einfach dann am Ende des Mixes, weil die Mixphilosophie ist einfach, macht den Mix, den du an dem Tag, einfach den besten Mix, den du an diesem Tag einfach machen konntest über deine Lautsprecher, die du halt schon seit Ewigkeiten kennst, über die drei, vier Kopfhörer, die du super kennst und dann musst du irgendwie auch ein Ende finden, ansonsten ist es eine totale Wissenschaftsgeschichte, wo einfach auch die Musik flöten geht und wo du einfach am Ende des Tages völlig verunsichert bist, wenn du dann auch in virtuelle Räume einsteigst, also das ist, also für mich ist die ganze Sache nüchst, ehrlich gesagt. Meinst du, das ist eher kontraproduktiv? Vielleicht für die neue, anwachsende Producer-Generationen, die vielleicht direkt damit groß werden, vielleicht super, weil die sich da direkt darauf einstellen können, aber jemand wie ich, der seit 20 Jahren dabei ist und auch in Riesenstudios gearbeitet hat und den Sound auch kennt, es ist einfach, es ist einfach, es bietet mir einfach nicht dieses Sounderlebnis sozusagen und dann versuche ich mich wirklich auf das zu konzentrieren, was ich in meinem Studio habe und versuche das bestmöglich einfach kennenzulernen und dann haargenau zu wissen, wie klingt es denn bei mir richtig und mit Zuhilfenamen halt von Kopfhörern logischerweise noch. Schalten wir doch mal zum Tim. Der ist ein bisschen jünger, aber ist der noch richtig jung? Weiß ich nicht. Außerdem sitzt er in so einem Profi-Studio, der kann dazu auch nichts sagen. Oder hast du das schon mal bei dir zu Hause probiert, mal so eine, außer dem Abbey Road Studio, noch mal irgendwie so zusätzlich noch eine simulierte Abhörsituation zu generieren? Also da stimme ich sogar, ich sage jetzt, ich nehme mich jetzt einfach auch mal ein bisschen in die jüngere Generation mit dazu, also noch keine 30. Von daher, selbst ich stimme da Matthias zu. Also für mich, ich finde es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gut, um ehrlich zu sein. Also ich sehe da auch, ja ich bin da so ein bisschen geschmaldener Meinung, ob das selbst irgendwie für die für die neue Generation gut sein wird, sich dann in so einem räumlichen Abbey Road Studio zu befinden und das dann trotzdem irgendwie zu Hause auf KRKs oder Yamahas zu mischen und dann irgendwie dann noch einen anderen Speaker auf Speakern, die vielleicht nicht so ganz linear sind, zu simulieren. Hm, kann man sich drüber streiten. Vielleicht wird der Sound in Zukunft so klingen, wer weiß. Also für mich persönlich, da kommt da leider auf jeden Fall, finde ich keine Raumoptimierungssoftware rein und auch wahrscheinlich keine Speaker-Emulation. Also eher schon dieses Optimieren, worüber wir es vorhin schon hatten, das ist für mich auch so, finde ich der Go-To, mehr aber auch nicht. Aber der Stefan, der hat ja immerhin seinen Bass-Pack im Rücken halt. Das ist ja auch schon so eine Art Simulation fast, ne? Nö, das ist keine Simulation, das ist eine Direktübertragung eigentlich ohne Raum dazwischen und da hast du sozusagen genauso wie ein Kopfhörer direkt einfach den Bass auf dem Rücken und keine Verzögerung durch den Raum, keine Moden, die da entstehen oder irgendwas, sondern es ist eigentlich wie ein Kopfhörer für deinen Rücken, bloß du spürst es halt. Rückenmassage inklusive oder was? Ja, wenn du die richtige Frequenz da reinstellst, so wie, na da, na, genau, dann kann es schon Rückenmassage sein. Also ich habe da ja so ein neues Plugin gemacht, da kannst du dann noch deine 10 Hertz einstellen und dann spürst du das auch richtig schön. Ah, okay, alles klar. Okay, sind wir uns ein bisschen einig, aber hier in der Runde, dass diese Simulationen zum Wissen gerade gut funktionieren können, aber ob das wirklich dann reicht, um ein komplettes Tonstudio zu ersetzen mit der entsprechenden Raumakustik und so, das bezweifeln wir hier mal alle zusammen. Ja, so ein Full Range Speaker kann eigentlich nicht wirklich was ersetzen, also wenn du halt, sagen wir mal, so eine große Membran hast, die dann, ne, also zweimal im Raum und dann, der Raum ist auch gut getunt, also ich wüsste jetzt nicht, was das wirklich ersetzen könnte. Also das ist halt einfach, wenn du jetzt einen gut getunten Raum hast und geile Boxen, da, ja, das ist einfach das Nonplusultra. Gut. Man muss, darf ich noch eine Sache sagen? Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt euren Kunden bei euch im Studio, der möchte sich den Mix anhören, den ihr macht. Jetzt sagst du ihm übrigens, mein Raum, der ist nicht so richtig geil, setze ich den jetzt mal auf den Stuhl hier, jetzt kriegst du erst mal Kopfhörer aufgesetzt, jetzt muss ich erst mal ein Plug-in öffnen, muss ich erst mal virtuell in ein Studio setzen, lass dich von diesen Bildern da nicht beeindrucken, stell dir einfach vor, du bist jetzt im geilen Studio, meins ist ja nicht so geil und jetzt, nur jetzt könntest du eigentlich hören, wie geil nicht mein Mix ist, weil wenn ich den über Lautsprecher vorspiele, klingt eigentlich alle scheiße. Das ist eine Sache, damit könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht klar kommen. Ja, das ist aber nicht meine. Ja, vielleicht ist das auch ein Marketing-Gag, weißt du, das ist doch wieder so ein Marketing-Gag, das machen wir da immer irgendwie, das fängt damit an, dass man auf dem Plug-in-Synthesizer so ein Minimuk-GUI drüber ballert irgendwie, kann ja eh keiner verifizieren, der sich den Quatsch kauft, weil er ja keinen eigenen hat, den er vergleichen kann und so ähnlich ist das wahrscheinlich dann auch mit diesen Räumen, behaupte ich jetzt mal frech. Ja, und die Spatialization von EA Battlefield ist teilweise besser. Yes, wenn der Hubschrauber von hinten kommt, ne? Ja, also die müssten da mal mit EA reden, was die machen. Ja, herrlich, stimmt. Absolut. Zum Schluss unserer heutigen Runde würde ich gerne nochmal über ein letztes Thema sprechen, und zwar das ist so Abhör-Lautstärke unter Kopfhörern. Wie geht dir da vor, Tim? Wie laut hörst du ab? Immer gleiche Lautstärke oder mal bis die Ohren klingeln oder mal leiser? Variierst du die oder wie sieht das aus unter Kopfhörern bei dir? Also witzigerweise, klar wissen wir ja alle, dass alles über 80 dB auf längere Zeit halt nicht gut fürs Gehör ist. Deswegen, ja, habe ich um ehrlich zu sein eine Apple Watch und da ist ein kleines Mikrofon dran mit einer Lautstärke im Messung und jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, oh, es könnte zu laut sein, dann hebe ich die kurz unter meine Kopfhörer, sehe, ah, okay, 75, hart an der Grenze und dann drehe ich wieder 5 zurück. Also meistens so zwischen 60 und 70 einfach. Das ist für mich eigentlich so am angenehmsten, um ehrlich zu sein. Ich messe es dann, wie gesagt, halt mit dem Mikrofon von der Apple Watch unter dem Kopfhörer. Ist zwar nicht vielleicht das Genaueste, aber geht einfach am schnellsten, finde ich, um es einfach kurz zu checken, dass man da im Nachhinein irgendwie keine Hörschäden oder so bekommt. Von daher. Ja, das ist auch mein Go-Tuber. Unterschied der verschiedenen, also die Klangunterschiede bei den verschiedenen Lautstärken auch nicht so groß wie bei Lautsprechern. Genau. Da kommt Widerspruch. Nee, ich bin gerade am Nachdenken. Ich denke gerade noch so, ja, kann sein. Kann sein. Habe ich noch nie so genau drüber nachgedacht. Naja, aber Matthias kennt das doch, oder? Ich meine, leise hören klingt doch demnächst anders als laut, ist doch klar. Ja, also prinzipiell bin ich sowieso ein Freund davon, leise zu mischen. Also Mike, seit Jahren, also jemand, der mit mir hier sitzen würde und mitmischen würde hier, klingt gut, mitmischen würde, der würde sich fragen, wieso hörst du nur so leise? Aber ich mache das einfach auch zum Schutz der Ohren. Und wir kennen ja die Fletcher-Mansen-Kurve, wir kennen alle die Schalldruckpegel. Es ist einfach, es gibt einen bestimmten Bereich, der ist so 60, 70, 75, wo du einfach dann entspannt über den ganzen Tag einfach mischen kannst. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass du dir vielleicht ein, zwei, maximal drei Referenz-Lautstärken markierst an deinem Lautstärkeregler am Abhör-Controller oder irgendwo, dass du da mal hin und her wechselst. Aber man sollte eigentlich schon, würde ich sagen, 70, 80 Prozent am Tag bei einer Lautstärke, die halt nicht so laut ist, dann mischen. Denn wir wissen ja alle, je lauter, desto geiler ist alles und du musst den Mix auch knallen lassen können, wenn du halt wirklich bei Zimmerlautstärke einfach hörst. Und je lauter du die Boxen aufreißt, desto größer werden auch die Probleme mit dem Raum, in dem du dich befindest. Also der Raum hat dann immer mehr Einfluss auf den Sound. Deswegen ist es auf dem Kopfhörer dann sicherlich ein bisschen praktikabler. Wenn du da lauter aufdrehst, machst du nur deine Ohren kaputt am Ende des Tages, aber der Sound verändert sich nicht, weil die Rauminformation einfach nicht verstärkt wird, der Raum nicht angeregt wird. Von daher bei Kopfhörern sowieso leise hören, weil das ist alles sehr, sehr dicht an unseren Ohren dran. Da muss man sehr, sehr aufpassen und auch nicht über lange Lautstärken, weil wir ermühen ja unheimlich schnell unter Kopfhörern, muss man auch sagen. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgedacht. Und also ich meine, bei Kopfhörern ist ja genauso das Gleiche. Also ich meine, du hast ja Ohren, genauso wie bei Lautsprechern. Und wenn du einfach zu laut hörst, verhärtet sich der Muskel deines, sagen wir mal, des Hammers, der da auf den Amboss bei deinem Ohr haut. Und da wird der Muskel hart, wenn du zu laut hörst. Und dann, ja, also ist ja bei Kopfhörern genau das Gleiche wie bei Boxen. Also auch einfach bei Kopfhörern nicht zu laut hören. Also ich bin auch so, ich höre immer so, dass es für mich angenehm ist. Ich habe da einmal so eine Einstellung gefunden, die ist auf drei Uhr bei mir beim Kopfhörer-Drehknopf und da bleibe ich eigentlich meistens. Da höre ich Musik, da schaue ich Filme bei, da arbeite ich an der DAW mit der gleichen Lautstärke und dementsprechend kann ich eigentlich dann, solange das auf der Einstellung ist, immer sofort sagen, ob das Leveling irgendwie stimmt oder nicht, weil da immer gleich ist. Okay. Dann gibt es ja leider diese Problematik, zum Beispiel bei vielen Apple-Geräten mittlerweile kein Kopfhörerausgang mehr, Bluetooth oder was immer ist da ein Wireless-Kopfhörer. Wie ist denn eure Meinung dazu? Tim, Wireless. Jo, ich kann einfach mal ja, Wireless ist ehrlich gesagt für mich ein Ding, was nur außerhalb vom Studio hingehört und das einfach für die Freizeit ist, um ehrlich zu sein. Also ich würde auch mit so einer Verzögerung nicht mischen wollen, weil jedes Mal, wenn ich hier irgendwie Play in der DAW drücke und höre irgendwie 300 Millisekunden später erst irgendwie mein Transient, denke ich auch so, hm, okay, wow. Deswegen ist für mich eher so die ganze Wireless-Geschichte eher so Freizeit und ja, zum einfach entspannen Musik hören und da nicht irgendwie fürs Studio, meine Meinung. Ja. Ja, sehe ich genau so. Ich bin auch da so ein Kabelfreund einfach von Hochwert in Kabeln und diese Wireless-Geschichte, die kann man, die kann man extern machen im Freizeitbereich. Also da kann ich auch nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, ich habe sogar nicht einen einzigen Wireless-Fähren-Kopfhörer. Ich glaube, die sind alle mit Kabel. Da bin ich ein bisschen Oldschool. Ich habe ja auch mal einen Test gemacht mit dem Analog-Adapter an einem iPad und habe festgestellt, dass am iPad selbst mit dem Adapter, wo du dann einen analogen Kopfhörer anschließen kannst, die gleiche Verzögerung da ist wie unter Bluetooth. Alles nicht schön. Ja. Was wir jetzt nicht angesprochen haben, ist die Datenreduktion, also die bei Bluetooth stattfindet. Ja, das ist auch noch geil. Noch schlechter als MP3. Also dementsprechend sind die Höhen verwaschen und ja. Ja, das ist eigentlich gar nicht dafür geeignet für Musik, ne? Ja, also könnte man als Voice-Push-to-Talk beim Militär benutzen, aber sonst. Ja, obwohl dann, ja genau, kann sein. Fällt euch noch was Wichtiges zu dem Thema ein? Mixen und Mastern nur mit Kopfhörern? Sehr gut, dann lass hören. Wäre so pragmatische Sachen, wie zum Beispiel, wir reden die ganze Zeit davon, man hat den Song fertig, man hat seine Spuren vor sich und man fängt an zu mischen und sagt, okay, jetzt setze ich mir so einen Kopfhörer auf und meint mich auch mit so einer Raumsimulation und fange an zu mischen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass die meisten von uns sicherlich beim Produzieren schon mischen. Also so geht es mir. Also ich produziere und arrangiere einen Track und baue Spuren hinzu, Instrumente, Drums, Vocals und eigentlich jedes Mal, wenn ich was hinzufüge, achte ich gleich darauf, dass ich es gleich integriere, schon vernünftig. Also Standardsachen wie Low Cut, High Cut und so weiter. Jetzt muss man sich überlegen, wenn man sich für so ein kompliziertes System entscheidet, wie so ein Kopfhörersystem, dass man da mit Raumsimulation arbeitet, musst du ja eigentlich von Anfang an damit schon arbeiten, weil du ja dann schon die Entscheidung einfach immer durch diese Kette durchhören musst und dann auch bewerten musst. Das stellt mir ein bisschen schwierig vor. Gerade wenn du auch mal nicht mit Kopfhörer arbeitest und dann mit irgendwelchen echten Instrumenten rekordest, müsstest du ja immer durch die ganzen Simulationen eigentlich durchhören, damit du das realistisch hörst. Und dann entstehen auch Latenzen, die haben ein bisschen Blödes beim Einspielen. Ich glaube, das ist auch noch so eine Workflow-Schichte. Wann fängt man eigentlich an, denn mal mit so einem System zu arbeiten, wenn der Mix komplett fertig ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel viel zu fricklich einfach. Also ich will eigentlich schon von vornherein, wenn ich das eine leere Session habe und ich fange jetzt an, die Drums zu programmieren, möchte ich eigentlich schon ja durch das hören, was ich vertrauen kann. Und da macht natürlich so eine Sache wie Frequenzgang, Korrektur beim Kopfhörer für mich schon den meisten Sinn, weil das ist noch irgendwo tragbar, das kann man irgendwie noch nachvollziehen. Aber sobald man hier mit Raum-Simulationen im Averworld-Studio, sind wir mal ehrlich, wer fängt dann so eine Produktion an, dass man sich da schon gleich diesen Kopfhörer aufsetzt und dann da seine, und dann hast du noch Latenzen, ich meine, das funktioniert ja nur über Latenzen, dann kannst du nicht direkt einspielen, dann spielst du nicht tight, dann macht einfach irgendwie Spaß, das System ist sehr zäh, ist irgendwie noch nicht so das Wahre für mich halt. Brauchst du ja auch nicht, hast ja ein Studio. Also eins haben wir noch vergessen, also es gibt halt, was man eigentlich nur mit Kopfhörern machen kann, sind binaurale Geschichten. Halt, wenn du jetzt binaural auf dem Lautsprechern mixen willst, da wird es meistens nichts, weil ja eben genau die, sozusagen, dass die Phasen halt links und rechts unterschiedlich sind, werden ja dann im Raum zusammen gemischt und dementsprechend sollten solche Sachen halt nur mit Kopfhörer genießen werden und dementsprechend habe ich hier mal halt so ein binaurales Droning-Gerät vor einer Woche gebaut, das kann man für fünf Euro kaufen und das ist zum Beispiel am besten mit Kopfhörern zu genießen. Ah, okay, haben wir jetzt auch noch ein Produktplug von dir reingebracht, sehr gut. Wo gibt es denn das Teil und was macht das? Erzähl doch mal kurz, wenn du schon mal hier bist. Wenn der Non-Erik das richtig gemacht hat, dann müsste der Link unten unter dem Video vorhanden sein, da könnt ihr einfach draufklicken, da ist mein Reaktor-Shop und da kann man das dann für fünf Euro haben und es gibt auch eine Free-Version in der Reaktor-User-Library, die hat aber nur zwei Samples und die 5-Euro-Version hat 32 Samples mit langen Samples, also High-Quality, Grunewald, Waldaufnahmen, so Geräusche vom Eis und Schnee und Wald und Vögel und sowas. Ah, cool. Die kann man dann zu einer binauralen Drone halt dazu mischen, jetzt muss ich die Maus finden, genau, da kann man dann halt hier die Frequenzen für links, rechts verändern und dann kann man auch noch links, rechts mit so Frequenz-Charts zusammen mischen, die halt so Meditationsfrequenzen sind und solche Sachen. Genau, cool. Das kann man für die Oszillatoren und für Spanning machen und dadurch können dann so ganz interessante Stereo-Geschichten entstehen, die halt, wie gesagt, besonders auf dem Kopfhörer angenehm sind, aber das kann man auch auf dem Boxen hören, aber ist dann halt nicht ganz so krass links, rechts. Okay, mal gucken, ob der nun Eric das schafft, da unten den Link in die Show Notes zu posten. Könnt ihr euch das ja mal runterloaden, Kufen vor allen Dingen mal, support your Muso-Talk hier, mach mal. Genau, also Gumroad, Ubinger Audio. Genau. Aber sonst würde ich sagen, glaube ich, sind wir durch, ne? Ja. 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 Tschüss. Vielen Dank fürs Mitmachen an den Tim von Hofer, den Matthias und den Stefan und dann hoffentlich sehen wir uns mal wieder in Kürze in einem Browser deiner Wahl. Bis dahin macht mehr Musik. Tschüss. Ciao, ciao.